Prost! Ja, es ist ja eine bayerische Tradition und auch gerade in München hier das Oktoberfest. Und es ist, glaube ich, auch eine Sache der Identifikation mit dem Verein und mit der Stadt, mit der Region. Und deshalb ist es schön, auch internationale Leute auch mal in Niederösen zu sehen. Es ist wichtig, hier mit der Team zu sein. Ich denke, das ist kulturell und wirklich wichtig. Ich freue mich wirklich. Die Man denkt schon über gestern nach und man spricht natürlich auch viel darüber, aber jetzt hört man schon so ein bisschen im Hintergrund die Musik. und dann wird es irgendwann lockerer an den Tischen und dann kann man das auch mal für ein paar Stunden vergessen.